Vama-Bhujasana, die linke Rüsselstellung. Beuge dein linkes Knie und gib den linken Fuß unter das Gesäß. Du sitzt fast auf der Ferse. Dann beuge das rechte Knie, gib die Fußsohle flach auf den Boden. Der Fuß ist in der Nähe des linken Fußes, knies senkrecht nach oben. Dann beuge den linken Ellbogen und bringe den linken Ellbogen auf den Boden und gib die Wange oder das Kinn auf die Hand. Gib dabei den rechten Arm über den Oberschenkel und die Hand an das Gesäß. Das ist Vama-Bhujasana, du stehst auf dem linken Arm. Vama-Bhujasana heißt linke Rüsselstellung oder die Stellung auf dem linken Arm. Bhuja heißt sowohl Rüssel als auch Arm. Bhuja heißt sowohl Rüsselstellung. Bhuja heißt sowohl Rüsselstellung.